ich habe hier rechts rechts unten ja aber ich war links noch, ok schon gut links habe ich schon alles rechts unten geh mich mal wieder belegen ach so danke ok ich bin im wasser du willst diese röhre verbunden haben ne ich bin ne wir brauchen das eigentlich zurzeit nicht kann es sein dass es einfach um die ecke hier ist doch ich glaube ich weiß was die wollen aber hier ist noch eine truhe ja mach das ne der zur baustelle du musst mir was angegeben ich ärgere mich gerade hier ein bisschen um ach scheiße ich komme ich komme er geht aber nicht weiter oder weil oben ging es noch an ihr hier ist einfach ein rätsel mussten die plattform da hinten die hoch nein die plattform hoch ein versuch das kriegt es gibt keine hand deshalb das ist problem ach so ok ich verstehe ich verstehe das ist am besten hochgehoben da hinten ich mache das hier rüber ihr könnt das auch schon machen das rätsel nicht nein du musst die plattform da hinten anheben die halbe brücke da hinten ich kann es nicht die geht runter was ich noch eben gemacht nein wenn da jemand drauf steigt auf eure seite auch so dann geht dann ach so ok ja das erwundert mich die ganze zeit ja wir haben gedacht wir haben musst du aber hier was kaputt machen geht es da weiter oder ist da nur irgendwas hier ist ein großer trank ok dann komm mal hoch geht weil kannst du deinen hammer bis dahin werfen oder warte genau genau ich kann ja werfen warte mal und hey supi und draußen habe ich mich auch noch was zu tun weil ich weiß jetzt was die hier wollen das ist eigentlich ziemlich logisch wenn ich die ganze zeit immer raufsteigen ja tschuldigung so so aber oben ist oben ist ein zweiter ist ein schnittel so er hatte mehr wer muss über wenn jemand rüber und wenn ich auch so ohne kiste also jemand will jemand will so okay jetzt musst du was da ich muss mir zwei machen nein du musst glaub ich den hebel betätigen damit ich rüber kann und dann wechseln wir ach so ja warte ich mach noch schnelle planke wie sie jetzt einfach ohne uns weitermacht nee ich bin nur ein paar was ist warum bin ich jetzt wieder hier unten du bist runter gesprungen bin ich? du hast das gar nicht mitgekriegt ähm da oben ist noch was großes geil und da ist was kleines so ähm soll ich da jetzt ja wartet naja das war dumm aber nur weil zu viele dastanden mhm geht so achso du ja dann komm okay danke so du musst mir jetzt eine Luft zeichnen jo mach ich gleich warte weg 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 müsstest du jetzt gehen oder? ja so wie du bist mach mal hier irgendwie hier irgendwie muss hier einer hoch ich ja deshalb probieren gerade da komm mal hier durchlaufen so und so das machst du oh ich bin reingefallen komm mal hier komm mal hier raus hier draußen kannst du eine Kiste zeichnen achso ich weiß gar nicht wo wir gerade sind ja dann komm doch hier da genau gut 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 er ist oben ja wir versuchen ja die großen einzusammeln deshalb geh doch da raus okay ich muss immer mit dabei sein also ich weiß doch gar nicht gerade was los ist hier ich bin so verwirrt ich habe eben zum beispiel nichts gesehen ja da kann man sich die dieben denke ich mal wieder drum da kommt ihr aber auch oder auch nicht aua sind wir alle so schlecht oder was ist los hier da oben ist noch eine große okay da oben ist noch eben eine wir haben 30 von 50 ja 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 okay ähm was kann ich hier machen und wir dürfen nicht darunter fallen und ich bin auf der rechten seite gefährlich ist doch irgendwas ja da muss nico was verstören nico los du bist mal gebraucht mal wieder meine ich mal ich wollte jetzt nicht so sagen ach ich dich einfach hasse wie bitte ich hätte gerne den hasen ah warte mal eine planke könnte ich hier vielleicht die bringt überhaupt nichts kann ich eine ganz 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 lang ganz ganz lange planke machen jo oh gegner so das müsste jetzt eigentlich gehen nein es geht leider durch das finde ich scheiße oh gott einer mit schild da ist ein verdammt großer mit schild wenn ihr mich heilt ist das ok genau oh meine fresse teilt mich gegner macht seine arbeit nicht richtig ich mach meine arbeit stahl richtig mach planken so ähm dann gucken wir mal was wir hier haben oh mein gott er ist ein gegner das war mein problem ich schau dir mal runter hüro 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 hüroabbat voll beteil sehr schön wir sind gut wir haben es toll gemacht ich weiß ich nicht wir machen das auf jeden fall noch zu ende oder hier stimmt es gibt überhaupt kein irgendwie jetzt wird gesaved das ist wenn wir gleich weiter reingehauen das ist so naja das sind halt die save points ja auch ein kapitel unterteilt du musst du mal eine kiste zeichnen erst mal muss ich das hier achtung ich halte gerade euch den Tod von fern und jetzt musste ganz schnell die kiste zeichnen ach du kannst die kiste kannst die kiste an an die steam roh ja stimmt also in der zweite um das lohnt ich muss noch warten dass ich da wieder drauf kommen so ist okay ich zeichne aber so jetzt müsste es eigentlich gehen das war schlecht ich probiere es probiert jetzt wieder so ein wasserrätsel hier unten hier ist wasser da unten glitzert warum wollte keiner hin die planke her ja wovon ist wo wo wir gerade oben was warum ach so ihr wollt gerade irgendwie schon gut das ist ja was kaputt machen der aufstieg schon wieder ja wir müssen aber wir brauchen eine planten geht das stimmt ja wofür für das für das wasser drum zu leiten was okay wo ist hier ans blatt musst du das deutsch legen hier geht andere richtung hier wird erstmal weg machen so heißt gleich wieder so hier ist eine kiste die du da drunter legen kannst damit sich das ding anhebt so okay was soll ich machen du legst das hin und nimmst du sagen die kiste als unterlage damit sich das in eine richtung lenkt also ja warte dann mache ich mal so ich will dass sie weg ist meine planke ja so und jetzt kommen die kiste dahin meint ihr ja ja so kann es feinstens kommt wasser an das sammelt sich glaube ich jetzt so so jaja jaja bin so gut juhu was sollten sie wieder hoch die kiste mit die nirgendwo wir können der aufstieg machen es tut mir so ja wir haben nur ein ich habe euch gesagt ich bin schlechte diesen schneiden wir haben aber es auch jetzt zurückgelassen das war ein bisschen fies ich brauche noch was ja warte ne 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 auf die linken seite ach so weil das schwebt ja das ist ein bisschen dumm ja okay kaum dann machen wir das anders so spring mal jemand so sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und du auch so und ich jetzt auch was machst du geht ob ich weckle mal bitte mit mir dann können wir rum dann kann weil dann dir max helfen kann rüber zu kommen aber ich muss doch irgendwie anders rüber kommen können naja es geht doch um teamplay so ach so ach so ja aber das ist ja das macht ja eigentlich keinen sinn klar warum macht das keinen sinn dass man plötzlich auf der anderen seite stehen kann boah das ist geile location gegen ja goblin dessen hebel was das macht der ich bin tot hoch zum speicherpunkt da ist ein hebel mit dem muss man irgendwas machen können wo ist ein hebel da ich guck mal mal gucken was der hebel macht wenn ich da mal rankommen würde haltet ihr auf halt ihn auf das ist sehr schwer den hebel zu betätigen er will verhindern dass ich den hebel betätige okay ich bin tot warum kommen wir nicht wieder weil max vielleicht den speicherpunkt nicht richtig erwischt hat okay jetzt auf aufhalten so kannst du dir heute nehmen gleich und wie werden sie mit dem witch das ist ja ein bisschen wie bei bowser hier ich habe eben witch verstanden hexe witch ja hat doch gesagt wir haben jetzt irgendwie nichts davon nichts zu besiegen weiß ich nicht was das für ein apparat ist ich guck mal du musst es bewegen ich kann es da kann ich es bewegen okay äh aah oh mein god okay das gibt Spaß dann lass uns mal oben rauf oh mein god ich habe jetzt schon so das wird lustig hier kommen und ihr kümmert euch um den Rest eine frage seid ihr eigentlich dieses Jahr auf der gamescom? ich leider nicht ich hätte bock aber ich habe kein geld dafür ja das ist das kubel zu lange dauern und dann wäre der preis auch so weil ich nachts fahren müsste ja schugfahrt ist irgendwie so mehrere aber ich bin das oh warum bin ich runtergefallen? so wir kommen jetzt nicht zurück aber ihr könnt das stirbt Max wir haben keine großen also du findest doch ein such doch erstmal Speicherpunkt nein er ist geil los los jetzt nach rechts geht denn da nach rechts? oder töte dich oder töte dich ich kann da schwächerpunkt ja aber wie sollen wir jetzt rein kommen ja vielleicht hättest du rechts ja auch eingefunden ich weiß auch wie jetzt kommen sie raus zum glück bist du weitergegangen dieben weil äh jetzt muss muss gate gucken wie er den apparello wieder zurück holt äh warte so warte da äh hier ist kein Speicherpunkt warte und weg damit das geht dann holt heilig Max mal wieder das ist nicht so einfach so kommen wir da ne können wir noch nicht hin ne wären wir grad erschossen das bin ich du hast doch gesehen dass ich da nicht hin geh achso oh mal gucken ob da ein speicherpunkt ist ich glaub das kann dummdi dumm ich lauf zurück zum koppeln der ist weg und wir werden gebeamt bevor ich sie wieder beleben konnte bist du auch da grad gate? ja darkness enveloped the marshlands as the night fell suddenly a familiar light appeared illuminating the path nur für Max ja tolles Artefakt holt immer nur Leute macht sonst nichts zeigt uns nur den Weg toll danke du möchtest auch nur einen Weg geben? ja stimmt das Wasser sah doch mal so geil aus oder? ja Rezeption und alles mhm